So, nochmal Big Balls. Was ist los? Schmeicheln da hinten. So, ne, Bordstück. Und noch einen. Und noch einen. Big Balls. Sehr sexy. So, jetzt mal von Geischer an die Black Mamba L. Filet. So, Geischer Black Mamba L. So, nicht schlecht. Warte, 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 warte. Und nochmal, Geischer Black Mamba L. Ja, nicht schlecht, kann man anbieten. So, weil es so schön war, nochmal drei hinterher. Geischer Black Mamba L. Ja, und noch einen. So, kann man anbieten. Filet. Filet. So, Trick Trucks vom Kippler. Der. So, hier sind wir Wimbo und Laudiboy von Leslie. Filet. Anbiet. So, hier sind wir. Also, wir sind überhaupt nicht von dir. Ja. Aber, ja, immer den, den Kasse. oh was sexy der ist nicht gegangen hier weg damit er sich gar nicht stören Zana Block 16 Danny macht jetzt mal ein paar Zanacom Whistling an rein schön auf da sehr schön ab geht er komm weg Danny komm weg und noch mehr so einer ist noch 2 ok sehr schöne Teile Filet erst mal vom Piromax Green Smoke PXM30 Filet hyvin o sehr k uju da ist der Feuer weg ist geil Feuer weg ist geil Feuer weg ist geil Feuer weg ist geil Na gute Brenndauer hier Fräulein schön lange hoch Das war's sehr schön So jetzt mal von Explode die Superwelle Durchgetrocknet schön ein Jahr lang geht's rund Das lohnt sich schon Auf jeden Fall Schön da vorne hin Knall ist nicht so doll aber naja zum Böllern reicht das So jetzt die kleinen Bruder da vorne Die Dayballer Variante von Explode Hübsch sehen sie ja aus ne Ja Na ja wir werden mal gucken Ich denke also wenn das so ist wie letztes Jahr Dann sind die sogar lauter als die Superwelle 2 So gehen wir mal wieder hin hier vorne So dann haben wir mal Zündung ne Ja Also Sind genauso laut wie die Großen auch Ja So Also Schnell, schnell. Du wirst auf. Jetzt hast du den 500 von Geisha. Schmeiß gleich weg. Schmeiß gleich weg. Auf jeden Fall. Noch mal ein paar Hammer-Zwinge. Oder Early's, ne? Mal gucken. So, jetzt sind die Zündungen. Hammer. Ach, von da auf. Pass auf, Danny. Mal weg. Ja, ist jetzt nicht gerade laut, aber ist schon in Ordnung. Da sind wir auch mehr vorgestellt. Ja. Vor zwei. Geht besser. Ne, fünf haben die nur. Oh, Labdance. Rutsch nicht ab, ne? Ja, willst du hochklettern? Ja. Warte. Haben wir irgendwie noch Fontänen oder so? Ja. Silberatzer, Silberatzer. Es ist so weit. Nein. Oh, 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 oh. Filet. Filet. Oh, oh, oh. So, jorge, krall auf und tödlich. Ja. 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 Ja, ja. Musik Das ist die Brille, aber lange, die sind von Jorke, glaube ich, ne? Viele Jorke Koller-Fontäne, mit Einlage. Es ist Silvester. Es ist Silvester. Für das Feuerwerk. Denn wir brauchen was Knall. Und uns Bescheid. Es ist so schön. Alles an den Sternen sehen. Es ist Silvester. Und wir brauchen Sie. Es ist Silvester. Es ist Silvester. Chile Heal-Age 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 Heal-Age